So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal Ramses der Dicke und ich bin so fertig, der Hannes ist wieder weg, der Hannes ist um 12 Uhr heute mit ihm zugefahren, ich liege seitdem nur rum und schlafe mir sonst was weg, ich werde mich auch jetzt gleich nach der Folge wieder hinlegen, dass ich heute Abend fit bin für chill mit Ramses, eigentlich müsste ich einen Sleepstream machen, Sleep with Ramses, jetzt möchte ich aber fix trotzdem eure Vorschläge mal wieder durchschauen und auch einen Titel Pokémon nehmen, was wir maxen wollen auf Level 50, wenn ich die XL Bombs dazu habe und wir einen Hunderter haben. So, wir gucken dann gleich wieder in die Kommentare, ihr habt wieder fleißig Kommentare abgegeben unter dem letzten Video, letzten Montag, Max Out Monday, 29 Kommentare stehen nämlich hier, ich möchte jetzt aber erstmal das Event Pokémon, das aktuelle, das Ara, Moment, da muss ich selber mal gucken, wie es heißt hier, Araqua ist ja das aktuelle Event Pokémon, was aussieht wie ein kleines Alien mit einem Helm drauf und ich finde es so genial, wie Araqua einfach zu Ernesto wird, äh, Aranestro und einfach mega groß ist, guckt euch das an, was für ein brachiales Pokémon ihr dann im Beutel habt, wenn ihr das entwickelt, das wollen wir jetzt maxen, als Titel Pokémon Ara Nestro, habt ihr auch eins entwickelt, mir fehlt da sogar noch das Lucky hab ich ganz vergessen, Hannes hat ein paar gesammelt, wir wollten eigentlich ein paar tauschen wir haben kein einziges Pokémon getauscht, als er da war, äh, müssen wir halt nachträglich irgendwie machen trotzdem geben wir hier mal ein Power-Up drauf, wir ziehen es gleich rüber, machen hier einmal diesen Button 1282 WP dazu, das ist komplett jetzt gemaxed auf Level 50 2065 WP das ist unglaublich wenig, bei so einem Knüppel hätte ich jetzt mit 5000 gerechnet, aber egal, sieht immer noch gut aus und es zeigt sogar mit dem Finger auf euch und sagt, du hast mich gemaxed du wirst mich noch maxen, das guckt euch extra alle an wie findet ihr das Design, wie findet ihr das Pokémon, schreibt es mal in die Kommentare ansonsten gebe ich jetzt natürlich ein, 4 Sternchen und und dann den Namen, was ihr sagt, was ich maxen soll 5 Vorschläge von euch nehme ich nämlich noch mit rein Lukas Wilke, kannst du mal Pellippa maxen? äh, Sympoid Leon schreibt dasselbe auch, kannst du bitte einen Pellippa maxen? jetzt will ich mal schauen, ob wir schon Pellippa mal gemaxed haben Pellil Pellippa so, wir drücken gleich mal so, dass wir sehen, okay, die Familie ist voll wir haben einen 100er, wir können aber keins maxen, uns fehlen die XL Bonbons, also Pellippa geht leider nicht kannst du mal Sackrom maxen? sagt Semmy äh, Sackrom haben wir schon gemaxed, da gab es extra eine Folge dazu das ist das gemaxe Sackrom auf Level 50 mit 100% 4565 passt also auch nicht mag niemals meine Vorschläge wären wieder Parasek wohin genau? Baldorfisch Makargo Parasek so, Parasek dürfte doch sicherlich möglich sein, wenn man das noch nicht hatten geben wir hier Parasek ein haben das haben auch genügend Bonbons können rüber, können maxen auf 2.102 WP das ist also das zweite gemaxe Pokémon da fällt mir ein, ich muss den Tag noch machen dass das jetzt Level 50 ist das habe ich beim Ernesto auch vergessen wenn wir das eingeben, müssen wir auch noch hier den Tag ran machen mit Level 50 und 100% so, dass das ordentlich aussieht die restlichen Vorschläge wir haben jetzt einen von Mark niemals kannst du gerne unter dieses Video weiterschreiben vielleicht beim nächsten Mal dann Chill Boris sagt könntest du mal Icognito maxen Icognito haben wir auf jeden Fall ein Hunderter und haben auch mal eins hochgezogen zumindest auf Level 40 auf Level 50 reicht aber leider nicht würde auf 13.39 kommen also für die Neuen immer, wenn ich schon Hunderter hab und die XL wird das gemacht ansonsten müssen wir weiter sammeln Lukas Schumacher meine Vorschläge diese Woche sind Ledyjan, Mautzinger oder Grebbit Grebbit hätte sehr gut zum Muster Event gepasst hat leider keiner gesagt Ledyjan müsste machbar sein ich weiß aber nicht ob wir das schon das haben wir schon Level 50 Ledyjan ist schon drin gucken wir gleich mal nach Grebbit weil mir der gleich hängen geblieben ist G-R-E Grebbit Grebbit ist auch schon auf 50 wann haben wir den denn gemaxed das weiß ich gar nicht mehr Mautzinger Mautzinger habe ich glaube ich kein Hunderter wir haben alles alles Mautzi ähnliche aber kein Mautzinger auf 100 das geht also nicht wir gehen also weiter vom Lükrix könntest du mal Elfun maxen Elfun, Elfun, Elfun El Elfun ist hier auf jeden Fall erstmal am Start Elfun können wir auch maxen machen wir auch 3000XL kommt auch noch auf 2277 WP alles ziemlich kleine Pokémon von dem WP her wieder den Tag dran Level 50 so drei Vorschläge brauchen wir noch Mesut kannst du bitte live machen ich brauche nur noch ein Latios Raid sonst kann ich es nicht mega entwickeln haben wir gemacht ich weiß nicht ob er da war vielleicht war es an der Monat haben wir es natürlich nicht mehr gemacht dann müsste er wohl warten bis es das nächste Mal in die Raids ist FB Facebook Moing kannst du mal ein Trigephalo maxen Trigephalo dürfte man auch schon gemaxed haben Trigephalo Triceratops Trigephalo auf 4098 Trigephalo also auch schon dabei Sarina hat es aufgegeben herauszufinden was du noch machen könntest ganz liebe Grüße an Hannes ich wünsche euch eine tolle Zeit Danke ich lege mich gleich hin und muss schlafen gestern der letzte Abend war noch mal ein bisschen der erste und der letzte Abend sind immer die schlimmsten sagt man mal Balur Bisbark oder Wummer oder Parasekt Sekt? Oder Snobili Cut oder Flunschleg oder Barschuft Blau Bisbark oder Wummer Wummer fände ich ja richtig stark aber wir müssen erstmal nach Bisbark gucken Bisbark können wir maxen das heißt Wummer fällt weg der erste Vorschlag zählt du kannst gerne Wummer nochmal vorschlagen wir machen auch hier natürlich den Tag dran mit Level 50 dann geht es weiter Danke Balu mit Thomas Borkenhagen Octillery mit einem lachenden Smiley dahinter Octillery scheint zu funktionieren warum auch immer das lustig ist weil es so eine lustige Nase hat sieht aus wie ein Knopfenser die Weiterentwicklung von Knopfenser also Octillery auch gemaxed das war der fünfte glaube ich wir haben also noch einen übrig 2617 Axo Gaming kannst du mal Lucario maxen ist einfach ein cooles Pokémon habe ich leider kein 100er daher würde ich damit natürlich warten Ralf Weinsheimer Kommentar für den Rhythmus oder wie das heißt für den Algorithmus aber für den Rhythmus ist auch gut Grüße an Ralf Genaya kannst du eines der folgenden Maxen Papinella Pudox Sango oder Vipides Papinella Papinella Papi Pap Papinella Papinella funktioniert ist der erste ist wahrscheinlich auch der schönste aus der Reihe das heißt das war der sechste Vorschlag das heißt wir machen hier noch einmal den Tag dran mit Level 50 sind fertig so Genaya kann aber gerne die weiteren Vorschläge nochmal bringen unter dieses Video wir gucken auch was noch hier da ist Kai Pötzsch Biber Staralili wenn du keins hast kann ich dir eins tauschen aha Adresse hast du auf Instagram SID erlöst äh ja wenn ich jetzt kein 100er Biber hätte eins zu tauschen wird aber schwierig das behält ja die das behält ja die IV nicht beim tauschen Kai Wummer wäre nice Momo bitte nochmal kommentieren bitte nochmal kommentieren für die nächste Woche CG hier auch Fenexis Wischu Sven Günther du wirst dich an das iPhone gewöhnen ich hab's wenigstens schon mal hingekriegt den Ton jetzt einfach komplett auszustellen dass der nicht mehr stört oh mein Gott jetzt hab ich irgendwas gemacht und schon ist es wieder ja toll so jetzt haben wir es immer wieder zurück das iPhone das macht einfach was es will Garados Gloraktur Dog sagt der Noah Benjamin schlag ich mal wieder das Kandos Lymog vor heute hab ich nix gemaxed Tyler mein Vorschlag war Jutsu Madua Lola Raichu Digga wie kann man denn 5 Hundo Level 50er Knackrag haben WTF das ist ein CD Pokemon gab's also viele Bom Bombs und viele XL Digga und das war's auch schon so viele Vorschläge sind gar nicht übrig geblieben auch keiner dabei dieses Mal der darum bittet dass ein Pokemon nach ihm benannt wird auch gut wir haben schon einen Bohnensack drin das heißt das war's jetzt von meiner Seite aus wer jetzt nicht dran war nicht traurig sein es ist immer wieder spannend zu gucken welcher Vorschlag passt welcher Vorschlag passt nicht welchen haben wir schon gemacht oder welchen können wir noch nicht machen Lennart hat ja auch gesagt er wird jetzt immer drunter schreiben wegen dem 100er Farbigel zu maxen bis es irgendwann funktioniert kein Lennart Kommentar da gewesen schade Lennart hat aufgegeben so das war's jetzt aber von meiner Seite schreibt eure Kommentare drunter was wir maxen sollen ich hoffe beim nächsten Mal ist mein Kopf wieder geordnet wir sehen uns heute Abend bei der Gewinnspielauflösung vom Luftballon Pikachu Okinawa Shiny Dings wer es noch nicht gesehen hat letzten Freitag ist das Video glaube ich ne Donnerstag Donnerstag oder Freitag Donnerstag ist es Donnerstag Donnerstag ist nämlich heimlich ein Gewinnspiel Video online gekommen was dann heute Abend aufgelöst wird wir sehen uns heute Abend bis dahin Peace out Vorhaut euer Ramses jk 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 jk